Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follower Spotify, denn heute sprechen wir ein wenig über Usman vs. Burns. Das Ganze wird nur ein ganz kurzer Recap zu UFC 258. Ganz kurz ein bisschen etwas über das Co-Main-Event. Macy Barber vs. Alexa Grasso waren ein normaler Fight. Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, was ich von diesem Co-Main-Event denke. Und Macy Barber, The Future, mir hat die Schattenboxen nicht gefallen auf 3 Meter Distanz. Das waren Fans, die haben Alexa Grasso nicht erschreckt oder was auch immer die Zielsetzung war. Ich komme dann auch direkt zum Main-Event und zwar Kamaru Usman vs. Gilbert Burns. Und im Vorfeld war klar, wie diese Gameplans aussehen werden. Usman will clinchen, Usman will nicht zu Boden gehen, einfach weil Burns auf dem Rücken viel zu stark ist. Das haben wir gesehen. Da gab es diese Szenen, da lag Burns teilweise 2 Minuten lang auf dem Rücken und Usman ging nicht hinterher, erst zum Finish hin, als er den Kampf gefinisht hat später und hat vorher gesagt, hey, ich demoliere ihn da lieber mit Legkicks. Und Burns hat in meinen Augen diesen Kampf kontrolliert, vor allem in der ersten Runde. Die erste Runde ging an Burns und Burns hatte Usman auch fast. Das heißt, fast hätten wir da sogar einen Finish gesehen. Auf der anderen Seite gab es in dieser zweiten Runde diese Overhand-Ride. Und mit dieser Overhand-Ride von Usman, die Gilbert Burns getroffen hat, hat sich dieser Kampf von Anfang bis Ende geändert. Denn mit dieser Overhand-Ride hat Usman diesen Kampf kontrolliert. Burns hat sich davon absolut gar nicht erholt. Ganz anders als Usman. Usman hatte sich gut erholt davon, dass er rockt war. Burns aber jedoch gar nicht. Und dementsprechend war es so, dass es nur eine Frage der Zeit war. In der zweiten Runde hat diese Overhand getroffen. Zwischenzeitlich ging dann Burns auch nicht K.O. durch Japs, sondern Usman erzielte Knockdowns durch Japs. Und dann war es in der dritten Runde soweit. Herb Dean hat da auch relativ viel Zeit gelassen. Und Burns hätte sich regenerieren können. Aber der Drops war gelutscht, wie man so schön sagt. Und deshalb sind wir mal gespannt, was als nächstes drankommt. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir gerne unten rein oder eben bei iTunes und Co. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.